herzlich willkommen bei der plastikfreien großfamilie schön dass du eingeschaltet bist ja ich wasche jetzt gerade auch nur meine gläser und meine glasflaschen sowie auch die edelstahlflaschen von den kindern aus und ich will euch einen live hack mal zeigen und zwar passiert jetzt ja manchmal dass es so aus der spülmaschine kommt da könnt ihr spüle reingeben spülmittel oder dann auch kaisernatron und ich mache das jetzt mit reiskörnern und wasser das wird heiß also brauche ich jetzt noch meine mein tuch so so machen geht es mit einer hand richtig schütteln 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 jetzt muss ich glaube ich nicht abstellen weil mit einer hand kann ich es nicht machen moment so ok und das gießt sich das rein so 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 kann man auch ausspülen soll man auch noch ausspülen ne so unter dem wasserhahn vielleicht noch natürlich so und schon tata tata sauber ugut tata ne saubere flasche jo ne sauberere tolle flasche ich hoffe ich konnte euch einen kleinen tipp geben und bis zum nächsten mal